Das ist Gin Tonic. Gin Tonic ist kein Alkohol. Und warum sind Sie dann schon so besufen? Jetzt geben wir noch eine Chance. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Haben Sie überhaupt noch den Führerschein? Nein! Ich habe meine Entscheidung getroffen. Eine Chance. Das ist so, wenn ich eine Chance hab. Ich habe meine Entscheidung mit einem weiteren Applaus Wachen. Im Klick. Auch hier haben wir gesagt. Das ist ein Einziger Dwarf, der uns am Anfang zu verraten, Es ist ein Einziger Dwarf. Vielen Dank.